Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Green Tech Talk und unser heutiges Thema ist für manche noch ein bisschen Zukunftsmusik. Für andere, die sich mit dem Thema aber schon länger beschäftigen, ist es bereits Realität. Es geht um künstliche Intelligenz. Es ist eine Technologie, die fasziniert, aber die auch polarisiert. Was kann die KI wirklich? Was wird sie noch können? Wo sind die Grenzen der KI und welche Grenzen müssen wir ersetzen? Und da freue ich mich, dass zwei Experten auf diesem Gebiet heute Zeit haben, um das Thema zu durchleuchten. Zum einen ist das Leora Feicht. Sie ist bei der Salzburg AG und arbeitet dort im Bereich Digital Solutions und man kann sie so ein bisschen als Innovationstreiberin in Sachen KI bei der Salzburg AG betiteln. Schön, dass du da bist. Danke. Und ich begrüße auch Günter Eibl. Er ist Professor an der FH Salzburg, Experte für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen und er forscht dort unter anderem auch zum Thema sichere und datenschutzfreundliche KI-Lösungen in der Energiebranche. Auch danke fürs Kommen. Danke. Ja, bevor wir aber tiefer in die Materie eintauchen, wollen wir uns mal ein bisschen einen Überblick verschaffen. Für viele ist ja KI eher so ein Begriff aus der Science Fiction, aber tatsächlich ist KI Realität. Künstliche Intelligenz oder kurz KI klingt futuristisch, aber sie ist längst Teil unseres Alltags. Wenn Siri auf die meisten Fragen eine Antwort weiß, Netflix den nächsten Film vorschlägt, das Handy Gesichter erkennt oder das Auto von selbst einparkt, das ist alles KI in Aktion. Sie hilft auch E-Mails zu sortieren, Sprachassistenten zu nutzen und sogar Verkehrsstaus zu vermeiden. Aber was ist KI genau? Stellen Sie sich einen super schlauen Computer vor, der denkt und lernt wie ein Mensch. Nur schneller und ohne Kaffeepause. Der Computer lernt durch Beispiele, etwa wie man Katzenvideos von Hundevideos unterscheidet. Je mehr Beispielbilder er sieht, desto besser wird er. KI lernt, Muster zu erkennen, trifft Entscheidungen und wird dabei immer schlauer. Manchmal sogar schlauer als wir selbst. Ja, es ist schon verblüffend, wie schnell diese Entwicklung in Sachen KI passiert und wie unbemerkt sie sich eigentlich auch in den Alltag einschleicht. Es ist ein bisschen so wie bei den Computern generell. Auch da haben wir so beobachten können, so vor ein paar Jahrzehnten, da war ein Computer, wenn der zu Hause gestanden ist, noch was Besonderes. Die Nachbarkinder sind gekommen, um sich den anzuschauen. Mittlerweile sind die alle in unserem Alltag, sind in winzigen Alltagsgegenständen schon verbaut. Und jetzt fangen die auch noch zum Denken an. Liora, bist du da überrascht von dieser Entwicklung oder hat man das eigentlich kommen sehen? Also ich würde sagen, kommt aus dem Gebiet. Man hat es kommen sehen, aber die Stärke der Entwicklung hat dann doch überrascht. Vor allem, dass das Ganze so unbemerkt passiert ist. Und ich glaube, das ist das Entscheidende und das ist, was oft betitelt wird. ChatGBT war der iPhone-Moment der KI sozusagen. Also es war plötzlich für jedermann zugänglich und das war das Entscheidende. Die Modelle, die dahinter stehen, auch die sind schon ein bisschen älter. Ich erinnere mich vor drei, vier Jahren, als sozusagen die Basis von ChatGBT, was dahinter steht, entstanden ist. Auch da war es schon überraschend, wie gut Texte geschrieben wurden. Aber heutzutage ist die Sprache so eloquent geworden von der künstlichen Intelligenz, dass das einfach immer noch beeindruckend ist, wenn man damit spricht. Absolut, ja. Wir sprechen jetzt immer von der Intelligenz. Es ist ein schwieriger Begriff eigentlich an sich, Intelligenz zu definieren, runtergebrochen. Wie schlau und wie intelligent sind denn die Computer und wie schlau ist die KI momentan schon? Das ist in der Tat eine schwierige Frage. Ich würde sagen, was kann die KI? Ich würde eher durch das ersetzen, was kann die KI? In vielen Bereichen kann sie schon Dinge erkennen mit der gleichen Genauigkeit, wie Menschen das können. Ob das jetzt intelligent ist, da würde ich noch zweifeln. Wenn man sich generierte Bilder anschaut, wo Leute dann drei Füße haben, statt zwei, dann würde ich das jetzt noch nicht als intelligent bezeichnen. Man sieht halt eher Muster und schaut dann, okay, wann trifft welches Muster zu. Wenn ich da vielleicht noch ergänzen darf. Ich finde, der Begriff künstliche Intelligenz ist absolut immer wieder irreführend und wird eigentlich als Buzzword einfach gern benutzt. Aber wir wissen ja selber noch nicht mal, was Intelligenz ist und was ist dann daran künstlich. Ich finde, der Begriff maschinelles Lernen, und das ist was sozusagen eigentlich die Technik dahinter, wie sie das bezeichnen, beschreibt das viel, viel besser. Es sind nämlich Maschinen, die lernen aus den Daten. Und ich glaube, damit kann man auch viel besser verstehen, wie die Systeme arbeiten. Im Endeffekt würde ich noch dazu ergänzen, das ist eigentlich die Optimierung von Verlustfunktionen von einem ganz komplizierten System, das so viele Parameter hat, dass man es händisch nicht mehr optimieren kann und dass man das System auch selber gar nicht mehr im Detail versteht, was das macht. Die Systeme wissen, können dann irgendwas richtig vorhersagen, aber warum das jetzt genauso funktioniert, das weiß man ja nicht. Man gibt natürlich gewisse Sachen wie Verlustfunktionen vor, den Aufbau, die Architektur von dem Ganzen. Aber wie das Ganze lernt, das ist eigentlich Optimierung. Also welche Muster es erkennt, wenn wir jetzt in dem Beispiel Katzenhunde sprechen, was genau ist das entscheidende Element, was ein Hund von einer Katze unterscheidet? Das wissen wir nicht, was die Maschine macht. Wir wissen nur, die Maschine kann das ziemlich gut mittlerweile. Wir Menschen können es auch, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Maschine das am Ende deutlich auf andere Aspekte anspringt als der Mensch. Bei manchen Hunden bin ich mir selber nicht so sicher, ob das jetzt wirklich ein Hund ist oder doch etwas anderes. Ja, wir haben ja schon gehört, die KI ist Teil des Alltags. Es gibt ja Sprachassistenten, Gesichtserkennung, selbstfahrende Autos. Jetzt direkt einmal in die Praxis einzutauchen. Wo kommt KI denn schon bei der Salzburger AG zum Einsatz? Aktuell sind wir viel im Bereich sozusagen am Kunden dran. Also wir alle kennen das, Mails wurden klassifiziert in Spam, nicht Spam. Also die Unterscheidung, das ist sozusagen, woher wir kommen. Und heutzutage, was wir machen, ist im Endeffekt, wenn Kundenanfragen reinkommen, wollen wir die schnell bearbeiten. Wie können wir das, wenn wir die schon vorklassifizieren, also in die Thematik einsortieren, was der Kunde will, können wir es direkt dem Spezialisten übergeben. Da ist die Antwortrate einfach viel, viel höher. Das ist eine Thematik, wie wir es umsetzen. Eine andere ist ganz klar, die Kommunikation den Kunden deutlich einfacher zu ermöglichen. Sie müssen nicht mehr anrufen, sondern sie können uns über unsere Chatbots erreichen und kriegen viel schneller und direkter sozusagen Antworten. Und auch da sind unsere Systeme sehr viel intelligenter geworden, seit wir eben künstliche Intelligenz einfließen lassen. Also LEA ist das große Stichwort, aber wir haben auch andere Chatbots noch mitlaufen. Das sind sozusagen unsere bestehenden Systeme und wir arbeiten an sehr vielen neuen Herausforderungen für unsere Kunden, aber natürlich auch für unsere internen Herausforderungen. Ja, wir werden dann auch ausgiebig auch zu sprechen kommen darauf, was ein Kain-Opto gibt. Kann ich gerade noch zu Chatbots was sagen? Da bin ich eher der Benutzer. Wichtig ist halt bei Chatbots, dass man, man kriegt Antworten auf Fragen, die eigentlich schon oft gestellt worden sind. Das weiß man dann. Ich glaube, es ist wichtig, dass dann irgendwann einmal, wenn man eine Spezialfrage hat, dass man dann schon auch nur irgendwo an einen Menschen weitergeleitet werden kann und nicht einfach nur dann irgendwo in einer Schleife bleibt. Ja, man merkt ja doch auch als Konsument, als Kunde, als Kundin doch dann auch sehr deutlich, dass es dann auch gewisse Grenzen gibt und dass man doch eigentlich nur von einer Maschine bedient wird. Apropos bedienen, auch die Maschinen muss wer bedienen, muss wer füttern, nämlich mit Daten. Das haben wir schon gesehen. Die KI ist nur so klug, wie die Daten, die sie bekommt. Was passiert denn da in diesem System? Wer füttert die Daten? Wer hat die Daten? Ja, prinzipiell, es gibt einen Prozess, nachdem das Ganze abläuft. Zuerst muss man eigentlich einmal das Problem verstehen. Man muss mal schauen, was man will. Ein Ziel vorher geben. Einfach nur sagen, okay, ich will mehr Profit haben. Das ist sehr schwammig. Das muss man mal sagen, okay, wie erreiche ich das? Was ist überhaupt die Lernaufgabe? Dann muss man schauen, welche Informationen brauche ich, um das überhaupt vorhersagen zu können. Wenn ich wichtige Informationen nicht habe, dann wird es nicht funktionieren. Dann muss ich die ganzen Informationen sammeln. Dann muss ich sie mal sichten, schauen, dass echte Daten sind immer sehr eigen. Da sind immer Fehler drinnen. Muss man säubern. Und dann kann man mal anfangen zum Lernen, Features zu generieren. Das wird heutzutage schon ziemlich automatisch gemacht. Und dann wird nicht nur ein Modell erstellt, sondern viele Modelle parallel. Und dann wird das Ganze dann evaluiert. Ist es irgendwie auch vorstellbar, dass sich diese Technologie selbst auch dann irgendwann einmal bei einem gewissen Punkt mit Daten füttert und auch selbst Daten generiert aus allen möglichen Quellen und daraus wieder weiter lernt? Das heißt, sich diese Sache verselbstständigen kann ein bisschen? Ich glaube, nicht so ganz. Momentan gibt es ja auch, ist so ein bisschen das Gespenst im Raum, dass die Maschinen jetzt selber so viel, gerade in der Sprache, so viel Text kriegen, das eigentlich schon wieder von Maschinen erzeugt worden ist. Und wenn da jetzt nichts Neues reinkommt und die in ihrer eigenen Suppe kochen, dann wird die Suppe wahrscheinlich sehr verschwommen. Ja, vielleicht ergänzen. Also ich glaube, dass es in der Forschung jetzt tatsächlich schon Versuche gibt, rauszufinden, was passiert denn tatsächlich, wenn jetzt das Internet geflutet wird mit künstlich erzeugten Inhalten, also Texten, Bildern. Und man hat schon gesehen eine Tendenz, dass es die Sachen deutlich verschlechtert. Was wir ja auch wissen, ist diese harmvolle Sprache, die wir teilweise haben, die kommt genau daher. Es wird immer sozusagen eine Überspitzung von dem, was erzeugt wird. Wo aber schon eine Rolle spielt und auch jetzt im Trainieren gerade dieser generativen Modelle, dass sich verschiedene Modelle zusammentun, um zu trainieren. Also eine künstliche Gänze wird sozusagen erschaffen, um am Ende zu sagen, ist der Output von meinem ersten Modell gut oder schlecht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Text schreibe oder schreiben lasse von einem generativen Modell, dann sagt das zweite Modell guter Text ja oder nein. Da sitzt kein Mensch mehr dahinter, der das macht. Also da haben wir schon eine Art Verselbstständigung und ich glaube, das ist, was die Leute darunter verstehen oder was die Leute meinen, wenn sie aus dem Bereich kommen und darüber sprechen und was ankommt, ist eben, die KI macht völlig ihr eigenes Ding und das ist natürlich nicht der Fall. Aber es ist natürlich wie bei vielen Entwicklungen auch in der Computerwelt, die Technologie, die schreitet einen großen Schritten voran, wenn man zurückdenkt bei den Computern, die Bandbreite, die Rechenleistung, die Speicherleistung, das ist ja teilweise wirklich exponentiell angewachsen und wahrscheinlich oder vielleicht wird es bei der KI genauso. Die Technologie entwickelt sich rasant weiter. Sie wird leistungsfähiger, präziser und vielseitiger. Es eröffnen sich viele Chancen, von der Medizin bis zu personalisierter Bildung. Für die Wirtschaft bedeutet KI mehr Effizienz und Innovation. Auch bei der Energiewende kann die Technologie helfen. Etwa bei der effizienteren Nutzung von erneuerbaren Energien. In der Arbeitswelt wird künstliche Intelligenz viele Routineaufgaben übernehmen. Einige Jobs werden wegfallen, andere aber entstehen. Die Zukunft der KI wird unsere Zukunft ohne Zweifel revolutionieren, braucht aber auch sinnvolle Grenzen. Die größte Herausforderung wird, die richtige Balance zwischen technischem Fortschritt und gesellschaftlicher Verantwortung zu finden. KI verändert die Welt, wie wir sie kennen. Auch meine Welt verändert die KI mittlerweile schon. Also bei diesen Filmen, die wir gesehen haben, da haben wir schon ein bisschen ausprobiert, was können KI-Programme in der Filmbranche. Also wir haben nicht nur in der Filmbranche, den Text haben wir zum Beispiel Chat-GPT schreiben lassen. Die Bilderauswahl, da hat es geholfen, dass man ein bisschen sortieren kann, welche Bilder kommen. Manche Videoclips sind auch schon von der KI generiert worden und auch die Stimme, die kommt vom Computer. Man muss dazu sagen, es ist nicht perfekt, was da rauskommt. Also man muss wirklich Hand anlegen und schauen, dass das, was uns die KI ausspuckt, in gewisse Formen gebracht wird. Also der Mensch greift schon auch regulativ ein. Aber die Fortschritte sind doch da. Meine Arbeit wird effizienter, meine Arbeit wird schneller. Also meine Arbeitswelt hat es schon verändert. Günther, wie schaut es da in anderen Bereichen der Arbeitswelt aus? Welche Jobs werden durch die KI wegfallen vielleicht? Ich glaube nicht wegfallen, sie werden anders werden. Ich glaube, dass Programmierer zum Beispiel sehr viel programmiert, technischen Aufwand abgenommen bekommen. Das ist auch jetzt schon der Fall. Aber sie müssen, wie du selber gesagt hast vorher, sie müssen noch das Ergebnis, das die KI dann vorschlägt, das müssen sie anschauen. Und vor allem müssen sie so gut immer noch programmieren können, dass sie sehen, ob da jetzt ein Fehler im Programm ist oder nicht und das gegebenenfalls ausbessern. In meiner Arbeitswelt, ich mache sehr viele Recherchen, ich lasse etwas übersetzen und so weiter. Auch da muss man immer noch nachbessern. Und generell alles, was repetitiv ist, was auch irgendwie strukturiert ist, das ist dann leichter zu machen. Aber da kommen wir natürlich auf ein erstes gesellschaftliches Problem ja schon, weil oft sind ja diese Jobs, die eben immer wieder dasselbe verlangen. Die sind ja nicht so stark an eine gute Ausbildung geknüpft, wie dann vielleicht diese Jobs, die dann eben die KI programmieren und mit Daten füttern. Da werden wir doch vor ein großes Problem vielleicht kommen. Wie siehst du das, Liora? Ja und nein. Also ich finde, wenn man sich mal genau Gedanken darüber macht und sich den Job eines Mediziners und den Job einer Reinigungsfachkraft vorstellt, dann würden die meisten wahrscheinlich sagen, welcher Job wird abgeschafft? Ja, ja, der Reinigungsfachkraft. Ich sehe das ganz anders. Der Job eines Mediziners ist viel, viel repetitiver und viel klarer zu übernehmen von der KI. Also wenn wir jetzt jemanden vorstellen, der sich die Röntgenbilder anschaut, um zu sehen, wo ist denn hier ein Bruch oder wo ist ein Tumor zu sehen, dann ist das jetzt schon sehr, sehr gut möglich durch künstliche Intelligenz. Die Reinigungsfachkraft, die die kleinen Ecken vom Staub befreien muss, das ist tatsächlich gar nicht so leicht. Von daher glaube ich, sind wir da oft auf dem falschen Fuß, wenn wir glauben, die vermeintlich einfachen und günstigen Aufgaben werden ersetzt werden. Nein, das ist eigentlich sehr spannend. Gerade bei Medizinern sehe ich eigentlich auch Chancen, dass die Mediziner dann gewisse Routinetätigkeiten von der KI machen lassen und können sich dann mehr auf den Patienten, auf das eigentlich Medizinische fokussieren. Absolut. Und dann auch der Patient hat einen Riesenvorteil. Wir haben jetzt nicht mehr, du musst nicht zum Spezialisten gehen, um eine gute Diagnose zu bekommen, weil alle mit den gleichen Grundtools theoretisch arbeiten können und die Grundfähigkeiten haben. Das heißt, auch sozusagen der Fähigkeitsraum wird groß erweitert. Gerade bei Gesundheit, das ist doch ein Bereich, der betrifft doch unser Persönlichstes. Da will man sich doch normalerweise, würde ich sagen, man will sich auf Menschen verlassen, auf Fähigkeiten verlassen und nicht auf ein Programm. Ich glaube, da sind wir noch ein bisschen in der Zwickmühle, oder? Absolut. Ich glaube, das ist die größte Umstellung und das heißt ja nicht, dass es komplett übernommen wird. Aber es hilft ja schon, wenn das Bild erscheint und die markante Fläche ist markiert und der Arzt schaut nochmal drüber und sagt, ja tatsächlich, er wird viel, viel schneller und kann sich viel mehr darauf fokussieren, mit dir in die Unterhaltung zu gehen und mit dir die Diagnose und Behandlungsmöglichkeiten zu besprechen, als im stillen Kämmerlein zu sitzen und sich nur Bilder anzuschauen. Also ich glaube, das ist der große Mehrwert. Also wir können uns das, glaube ich, vorstellen, dass wir alle in Zukunft einfach einen guten Assistenten oder vielleicht auch einen Praktikanten bekommen, der Fehler macht. Das heißt, wir müssen ihn immer bewachen, wir müssen immer verstehen, was er kann. Also wir müssen immer einen Ticken vorausschauen. Aber der uns einfach unterstützt, auch mal, wenn wir in einer müden Phase sind, uns auch auf die Dinge aufmerksam macht, die wichtig sind. Das ist genauso wie beim Autofahren. Also einfach als Unterstützung und nicht als quasi Ersatz, sozusagen. Auch bei der Recherche, bei Krankheiten zum Beispiel, wenn man irgendwo sagt, okay, vielleicht habe ich das, dann recherchiert man irgendwo. Das ist momentan einfach nur eine Suche im Internet. Das ist eigentlich ein ungeleiteter Prozess. Auch da könnte man sicher einiges machen. Dass zumindest da, da macht der eine das besser oder andere schlechter. Man kriegt zumindest vielleicht eine gewisse Vorinformation, die aber dann schon strukturierter ist und sozusagen sauberer und geprüfter, als wenn man einfach jetzt irgendwo im Internet herumsucht. Ich persönlich glaube, je mehr man Laie in einem Gebiet ist, desto mehr profitiert man von der künstlichen Intelligenz, weil desto mehr kann man sozusagen da nochmal was rausholen. Aber klar, gar nichts wissen sollte man auch nicht. Ich würde jetzt gerne noch auf einen anderen Sektor zu sprechen kommen, nämlich das ist auch ein sensibler Bereich, weil es geht um Versorgungssicherheit. Das ist der Energiesektor. Da seid ihr beide ja eigentlich wirklich Experten. Gerade da hat ja die KI ein riesengroßes Potenzial, muss man sagen, weil da geht es wirklich um Rechenleistung, da geht es um Vorhersagen und so weiter. Wie wird da die Energiezukunft in Zusammenarbeit mit der KI ausschauen? Mal schauen, bin gespannt. Aber wir können uns auf jeden Fall ein paar Szenarien vorstellen. Also ich glaube, gerade was die Dekarbonisierung angeht, und das ist ja für uns als Salzburger AG sehr wichtig, Dekarbonisierung und Kunden an erster Stelle, wird das einen entscheidenden Faktor bringen. Wir haben jetzt schon sehr, sehr viele Daten, die wir sammeln durch die Smart Meter. Wenn wir jetzt in unsere Zukunft denken und vielleicht auch mehr Produkte noch rausbringen, dass die Leute tatsächlich ihren Live-Verbrauch sehen, also in fünf Sekunden Abständen und in Zukunft vielleicht sogar automatisch Empfehlungen bekommen, wie sie Energie sparen können, weil das ist auch Dekarbonisierung. Man denkt immer, neue Kraftwerke aufbauen oder erneuerbare Energien. Aber es geht vor allem auch um die Reduktion, weil sonst schaffen wir das Ganze nicht. Dann ist das ein entscheidender Faktor zu sehen, laufen meine Maschinen so, wie sie laufen sollen? Oder ist vielleicht meine Waschmaschine kaputt und verbraucht deutlich mehr, als sie verbrauchen sollte? Aber eben auch die Faktoren PV-Anlage, Verbrauch und Batterie in Einklang zu bringen. Also wir sehen in Deutschland schon, manche PV-Anlagen, die auf dem Dach sind, können nicht ans Netz genommen werden, weil das Netz so überlastet ist. Wie schaffen wir das? Ja, wir müssen das Netz einfach ein bisschen ausbalancieren. Was aktuell passiert ist, wenn du im Haushalt eine PV-Anlage und eine Batterie hast. Dann ist morgens, sobald die PV da ist und du den Strom nicht verbrauchst, wird die Batterie einfach vollgeladen und ist über Mittag schon voll. Und mittags, wir wissen es alle, Sonne strahlt, PV-Anlage produziert man so richtig doll. Das heißt, das ganze Netz wird geflutet mit diesen ganzen kleinen PV-Anlagen von den Hausverbrauchern. Das heißt, wenn wir da eine Vernetzung hätten und auch ein intelligenteres System, dass die Batterien dann laden, wenn sozusagen diese große Masse an Energie zur Verfügung steht, dann hätten wir einen Riesenvorteil. Weil im Sommer haben wir eigentlich kein Problem als Österreicher. Da haben wir glaube ich genug erneuerbare Energie, dass wir uns gut selber versorgen können. Aber im Winter ist das eben ein entscheidender Faktor. Und wenn man da mal genau reinschaut, also ich hatte letztens das Glück, in Pumpspeicherkraftwerk reinzuschauen. Das ist teilweise schon absurd, was da passiert, dass gleichzeitig Strom erzeugt wird, dadurch, dass Wasser von oben abgelassen wird und die Turbinen anlaufen und andersrum zur selben Zeit Strom gespeichert wird durchs Hochpumpen. Es geht natürlich immer um dieses Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, weil das muss ja immer gleich sein, um das Netz stabil zu halten. Für das ist ja auch der Energiehandel zuständig. Auch da kann ja die KI in Zukunft eine viel bedeutendere Rolle noch spielen, oder? Absolut, ja. Also ich meine, auch da sind wir, glaube ich, schon stark dabei, gerade bei unserem Energieportfolio, dass wir die Prognosen für unsere großen Erzeugungsanlagen, PV, Biomasse, hoffentlich in Zukunft auch Windkraft für uns und für unsere Kunden übernehmen und dann bessere Prognosen haben, weil klar, je besser wir prognostizieren können, was produziert wird, desto besser können wir eben auch die Nachfrage steuern und es kommt eben nicht so häufig mehr dazu, dass gleichzeitig produziert und eingespeichert wird an einem und demselben Ort. Und das Ganze versuchen wir eben weiterzutreiben und zu sagen, naja, wir machen das jetzt für große Anlagen, aber es macht auch schon für den Einzelnen Sinn, wenn wir wissen, wann seine PV-Anlage produziert, dieser Person Empfehlung zu geben, selbst Strom zu verbrauchen oder wenn er es nicht mehr selbst verbrauchen kann, das mit seinen Nachbarn zu teilen und eben in eine Energiegemeinschaft zu gründen oder in eine Energiegemeinschaft zu gehen und zu sagen, Nachbar, vielleicht hast du einen Pool, der noch aufgeheizt werden muss, stell doch mal deine Wärmepumpe an. Und die Energiegemeinschaften könnten in weiterer Folge wieder miteinander handeln oder mit dem Bilanzmarkt weiter handeln. Ja. Wie siehst du diese Zukunft der KI in der Energiewirtschaft? Du bist ja auch da in der Forschung dabei. Es ist sehr viele Möglichkeiten noch, speziell bei Batterien, bei intelligenten Batterien. Man muss natürlich immer bei Verwendung von KI aufpassen, dass man nicht irgendwo irgendwelche Effekte hat, die Magnet haben will. Speziell, wenn alle das gleiche Preissignal vielleicht kriegen und basierend auf den Preis regeln und sagen, okay, jetzt wird der Preis günstig. Ja, dann machen alle das Gleiche und genau das ist für das Netz schlecht. Also solche Effekte sollte man vermeiden. Deswegen muss man immer mit KI selber aufpassen. Man sollte immer Fallback-Szenarien, also andere Regelungsmethoden mehr haben und das vorher genau austesten. Da sind wir schon noch bei gewissen Regeln und Bedenken. Das eine ist natürlich, die KI braucht Daten. Die werden auch im Energiesektor gesammelt und verarbeitet von den Smart Mietern und so weiter. Aber auch natürlich bei uns im Alltag. Jedes Mal, wenn wir was bei ChatGPT schreiben, bekommt die KI von uns wieder Daten. Und jedes Mal, wenn wir Bilder generieren und jedes Mal, wenn wir Siri am Handy was fragen. Gibt es da Bedenken? Natürlich, wenn Daten irgendwo hinfließen, dass mit den Daten was passiert, was wir nicht wollen. Und wie kann man damit umgehen? Einerseits gibt es natürlich Gesetze, aber trotzdem kann man natürlich probieren, wenn jemand Daten bekommt, dass er die für andere Zwecke benutzt, als für die sie eigentlich gesammelt werden. Da kann man dann analysieren, was könnte man machen. Man könnte schauen, was für Daten werden für diese Zwecke überhaupt benutzt. Und dann nur die Daten übermitteln, die man dann braucht, um das zu machen. Und momentan sind wir noch nicht am Kritischen. Ich glaube, als Unternehmen muss man da schon einfach vorsichtig damit umgehen und wissen, was man tut und von wem man welche Daten benutzt. Und natürlich auch die Einverständnisverkehrung einholen. Aber man darf nicht vergessen, Facebook ist schon sehr, sehr alt. Und wenn man mal überlegt, was für Daten und Informationen da manche Leute hergeschenkt haben, die übrigens auch dazu beigetragen haben, dass die Bilderkennung so gut funktioniert oder die Gesichtserkennung tatsächlich. Facebook war da führend mit dabei, das gut zu machen. Und nur weil wir Bilder hochgeladen haben und unsere Freunde markiert haben. Ja genau. Also am Ende liegt es auch an dem Einzelnen zu sagen, welche Information möchte ich den Preis geben? Aber auf was ich hinaus wollte, das war jetzt nicht nur das, dass Daten von uns quasi genommen werden, da gibt man sein Einverständnis ja dafür, sondern dass auch Missbrauch betrieben werden kann. Gerade wenn es jetzt um so sensible Themen geht wie Gesundheit, dass die Daten irgendwo hingespielt werden, wo wir sie nicht haben wollen. Oder auch bei der Versorgungssicherheit, beim Energiesektor, dass die Daten irgendwo landen, wo es einfach dann nicht optimal ist. braucht es da irgendwie, gerade in diesem breiten Feld künstliche Intelligenz, braucht es da irgendwelche Regeln oder reichen die schon aus, die wir jetzt haben? Nein, es gibt viele juristische Regeln natürlich. Inwieweit die dann umgesetzt werden, ist natürlich dann eine andere Sache auch. Ob es nicht gescheitert ist, für die Konzerne da einfach Strafzahlungen zu machen. Ich glaube, man muss schon, auch wenn man irgendwo Daten sammelt, es gibt jetzt viele Projekte in Richtung Data Spaces, dass man da auch mehr Datenschutz reinbringt, auch mehr Security. Daten sollten ja auch nicht nur gesammelt werden, die sollten ja auch richtig sein und nicht irgendwelche falschen Daten. Und da gibt es schon Bestrebungen, dass man das auch softwaremäßig jetzt auf sichere Beine stellt. Wie siehst du das? Braucht die KI Schranken? Ich glaube schon. Die Frage ist nur, wie generalistisch kann man diese Schranken definieren? Also wir haben ja den EU AI Act, also sozusagen KI-Regelung von der EU vorgegeben, die jetzt auch sukzessive in die Gesetzgebung der nationalen oder der einzelnen Nationen kommen. Und für uns ist das eigentlich immer Gesprächsthema in jedem Meeting, was wir haben, wo es um das Thema KG geht und auch um die Umsetzung. Wie können wir uns in diesen Richtlinien bewegen, ohne uns völlig einzuschränken? Weil das ist eben die Kehrseite. Wenn wir da zu vorsichtig sind, dann kommen wir da überhaupt nicht voran und können es nicht einsetzen. Und andere Nationen wie die USA oder auch Israel, die sind da deutlich weiter, weil sie da eben deutlich laschere Regeln haben, wenn sie will. Und ich möchte nicht auf die Regeln verzichten, aber wir müssen da eben vorsichtig sein. Und das ist ganz, ganz schwierig, eben sehr generalistisch Regeln vorzugeben und die immer noch passend zu haben für das Individual-Setup. Und gerade im Zusammenspiel mit anderen Unternehmen, also wir alle benutzen Software wiederum von anderen großen, auch amerikanischen Unternehmen. Auch da spielt es eine Rolle. Ich kann so vorsichtig in meinen Bereich umgehen, wie ich möchte. Aber wenn Daten in diesen Service reinfließen, dann bin ich da abhängig, dass die das Richtige machen. Ja, also zusammengefasst, es gibt Bedenken in Sachen KI. Es gibt aber auch wirklich faszinierende Möglichkeiten. Und es ist auf jeden Fall ein Thema, wo wir am Ball bleiben müssen als Unternehmen, als Gesellschaft und wo wir auch am Ball bleiben sollten, weil es zahlt sich aus. Es ist wirklich spannend. Spannend auch die Diskussionsrunde heute. Also danke euch zwei fürs Mitdiskutieren, für den Einblick in diese Welt der Technologie, in die Welt der KI. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.